...plus minus an zweiter Stelle und die Bronze-Medaille geht an Imke Bartels. Nun ja, auf dem Fieck im Finale der 6. Rüstung Pferdepreis der Sparkasse Münsterland-Ost sehen wir. Vom Rhein auf ein Graf von Schmidt und Eversaal, die 8.3.50 hier. Samira im Rheinland gezogenen Stute vom Sandro hinter seiner Rock-Poll-Mutter. Züchter und Besitzer, die Eheleute Schumacher in Ratingen, im Sattel von Samira, den Bärbel, Förster, Henrich. Die Aufgabe beginnt. AX, einreiten im Arbeitstraum. Ix, halten, lösen. Ix, halten, lösen. R, K, im Mitteltrab durch die Bahn wechseln. Bei K, versammelter Trab. F, B, Schulter herein. Bei B, eine Wolte. B, G, nach links traversieren. C, linke Hand. A, X, F, im Mitteltrab durch die ganze Bahn wechseln. Bei F, versammelter Trab. K, E, Schulter herein. Bei E, eine Wolte. E, G, nach rechts traversieren. Ort C, Mittelschritt und rechte Hand. C, M, Mittelschritt. M, E, V, im starken Schritt durch die halbe Bahn wechseln. Ort V, Mittelschritt. V, links, um. Zwischen L und P, versammelter Schritt und halbe Pirouette, links. Danach Mittelschritt. Zwischen L und V, versammelter Schritt und halbe Pirouette, rechts. Danach Mittelschritt. L, im versammelten Tempo, rechts angaloppieren. P, rechte Hand. F, A, K, versammelter Galopp. K, V, P, F. F, Mittelgalopp und halber Zirkel zwischen V und P. F, A, K, versammelter Galopp. K, L, B, durch die halbe Bahn wechseln. Mit fliegendem Galoppwechsel beim Überschreiten der Mittellinie. B, M, C, H, versammelter Galopp. A, I, B, durch die halbe Bahn wechseln. Mit fliegendem Galoppwechsel beim Überschreiten der Mittellinie. B, F, B, versammelter Galopp. B, F, D, B, kehrt wollte bis B. E, B, zwischen R und M fliegendem Galoppwechsel. M, C, H, versammelter Galopp. A, E, V, starker Galopp. B, V, versammelter Galopp. K, D, E, kehrt wollte bis E. M, X, K, im starken Trab durch die ganze Bahn wechseln. K, K, versammelter Trab. A, auf die Mittellinie abwenden. X, halten, grüßen. A, auf die Mittellinie abwenden. Und die Damen und Herren, bei der Reiterin kam ein ganz leichtes Lächeln in ihr Gesicht, als Sie den Übergang zum Halten bei X das zweite Mal geritten haben. Meine Damen und Herren, Sie sind ein großartiges Publikum und wir alle durften einen Ritt genießen, wie wir ihn kaum, möglicherweise noch nie hier auf diesem Ressourvierg gesehen haben. Ich glaube, wir durften etwas genießen und ich möchte zunächst mal der Reiterin ein ganz, 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 ganz dickes Kompliment machen. Sie haben das Pferd exzellent vorgestellt. Ich glaube, es geht nicht besser. Und deshalb gibt es, und das gibt es, glaube ich, ganz, ganz selten, ich habe es noch nie erlebt, dass es vergeben wurde, eine 10 für Durchlässigkeit. Oh, wie geil. Es gibt eine 10 für den Trab. Das war Tanz, das war Leichtigkeit, das war Perfektion. Und der Rest, meine Damen und Herren, dreimal nur die Note 9,5. Also, unschwer zu rechnen, 9,7, deutlich in Frank vor den letzten zwei Pferden. Und der ganz große Rückwunsch, der geht jetzt schon an Sie, an Bärbel, Forster, Henry, Samira und an dieses so exzellente Publikum. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus